hallo herzlich willkommen zum ts 20 21 jahr der erste da der ist das hier dass er ist da hier der 20 hier sehen wir die brücke willkommen alle und zwar ist 20 21 das update ist da zeige ich euch mal mit den aufgaben mir so zeige ich euch mal was die neue sachen hat er schon bekommen ach okay cool okay ja ja hey cool ist noch anderes zu mit scenario spielen mit spielen mit zügen okay das ist auch geil ok vierer vier ich mache euch mal ich mache heute eine kleine fahrt die 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 wo können wir fahren ich habe das nicht gekauft sondern es ist auf steam was sagt ihr wünschen gar nicht ich glaube ich mache jetzt einfach mal die einstellungen das wichtige das rum zu zappeln hier ist neue sachen zu bekommen hier ein bisschen ich weiß ja nicht ob neue sachen hier ok sprechen so wir fahren wir so mit den ja ich wollte die 218 zeigen er Compared titi tätigt es war war ich mache jetzt einfach mal immer konstanz publikum Ihr wollt auch was sehen, ne? Äh, pfff, Entfang. Äh. Äh, wir starten Singenden. Wir starten in Willingen. Fahnen an Willingen. Ja. Schon 18, das waren wir. Dann baue ich mal dieses Hacken rein. Probieren wir das mal einfach mal. Und, nice low bekommen wir. Ja, das ist der Logo hier und das ist bei anderen alt geblieben. Und zwar 2021. Das Spiel, ja. Bekommt als Update, als kostenlos. Ach, heute habe ich einen Stress-Scheiß-Tag heute gehabt. Heute habe ich einen Scheiß-Tag gehabt. Der nächste Live-Stream, der kommt irgendwann. Aber nur, wenn ich wenig Bock habe. Äh, so, 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 das ist hier. Ich habe da auch noch was Sachen noch. Noch diskutieren. Ich habe noch für euch noch was zum Diskutieren. Und der ist das erst mal. Das gucke ich mir später an. Gucke ich mir später an. Und zwar, ja. Wow, dieses Hell, das geht mir voll auf den Sack. Boah, ey, das ist zu hell. So, danke. Und zwar, das ist schon hochgeladen. Schon vorn. Also, das ist schon hochgeladen einfach. Ich kriege die Karre nicht zu laufen. Das ist ein Scheiß-Bus, alter. Das ist total ein Scheiß-Bus. Der kannst du, ich weiß, ich habe jetzt einfach ein bisschen mit Draht herumgespielt. Und da muss ich noch was ändern. Und, ja. Es ist alle Leute, die sagen, beschreiben runter. Ja, ich kann's. Kannst du ein Firma bauen? Zum Beispiel bin ich, ja. Von hier und ich klicke. Das heißt, ja. Werd hier. Hier wird bei Übertragung. Ja. Ups, ja, du, ja auch. Das ist ne. Alte Oma. Hast nichts zu entscheiden, und freund. So, aktualisieren. Ha. Äh Hä? Wie alt war ich ja schon? Da war ich ja schon 18 Jahre alt. Hier, das war schon ein... Was ist das? Was hat der denn, Junge? Was hat der Junge denn? Mann, Mann, Mann. So, ich hoffe mal, ihr könnt natürlich dieses Video schon mal ein Like dran lassen. Für diesen... Ich bin allgemein sehr scheiß drauf heute. Und heute kann ich ja wieder ausschlafen. Mann, Termin. Ach, Mann. Ach, Mann. Die Ladezeit ist auch nicht mehr der Christ. Aha, danke. Da ist da. Wir sind jetzt in... Hier ist ein Spiel drin. Sind neue Sachen zu bekommen. Ich weiß nicht, also Sachen. Ich weiß nicht. Ich werde automatisch geliefert, aber das ist... Und zwar, ich habe euch versprochen, ich fahre jetzt die 218 jetzt einfach mal. Und das Ganze, alter Junge, hör mal zurückkeln. Einfach das Ganze, wenn ich 218 jetzt die Ganze... Okay. So, ich... So. Was? Ach so. Verzeihung. Danke. So. Weil das ist immer sehr wichtig. Nach der Aufrüstung, dass man... Wasserpumpe an. Äh... Licht. So. So, wir starten die Singen. Eisen singen. Also geht's. Geht's geht's los. 停... Boots. So. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So Manchmal fänden keine Endwagen, aber So Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Oh. N-Wagen. 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 um weiterer schmutzung können da muss ich noch was bearbeiten an den rucklern so ich werde alles um den Zug noch ein bisschen erzählen oder 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir fragen uns nicht. Ja Leute Um den Kaufpreis Wenn ihr das Produkt erst mal kauft Braucht ihr erst mal ein bisschen Geduld Oder weiß ich nicht wie lange euch das Wie Virtuals Das Bankkonto oder so Euch das zugewiesen hat Diesen Zug Und dann bekommt ihr Ja die E-Mail von euch Eine E-Mail Also ihr bekommt die E-Mail von Virtuals Da sage ich Ja du kannst es runterladen Das zeige ich euch jetzt mal kurz Da kriegt ihr eine E-Mail von Virtuals Und ja Also gehe ich jetzt auch mal Auf die Seite hier Da gehe ich hier unter Unter VR Ich gehe unter VR Geht ihr auf Downloads Dieses Produkt nochmal zu kaufen Und ja Ja das ist das Zug Ein bisschen warten Es kann Es sein Es müssen Ja Alarm heute Mit den bestellen Oder sowas Weil es auch Schwierigkeiten hat Mit den bestellen da So 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 Ihr können müsst Natürlich wenn ihr es aufmachen wollt Das könnt ihr aufmachen Danach gibt es hier zwei Banden Also wie Bremseinstellungen Ja ihr müsst erstmal Ja Das ist sehr wichtig Äh ja So Hier so machen Dass sie brennt Aber Ihr könnt auch sehen Halt schnauz Danke Äh das ist die Diese hier Äh Bremseinstellungen G Nee geht dazu Keine Ahnung Und Ihr nehmt für die Für die Fahrt Ach Gott das weh ey Steine Rönsung Okay Was willst du denn Hä Hä Das geklopft alter Das geklopft Schnelle Bremsung Okay Wenn der Bar Oben Voll ist Dann Und jetzt Können wir es machen Oder muss der Zug an sein Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Also Ja ich weiß ja nicht Muss der Gang an Und jetzt Jetzt startet der Jetzt könnt ihr den Anlasser starten Das machen wir jetzt Ein Tag Die Wasserpumpe Und es gibt verschiedene Könnt ihr dann natürlich 2 218 Hinkuppeln Dann könnt ihr Dieses benennen Hä Was machen wir das hier jetzt Komm Was ist jetzt los Was ist denn los Jetzt hier Alter Was ist denn los Ich hau auf So Ja das ist so doof Das ist ja doof hier gemacht Also das ist hier start Ich möchte starten Jetzt starten So mal gucken Ob hier ist das Gesser geht Ich weiß ja nicht So Jetzt Ich weiß ja nicht Ich gehe mal kurz Mal in den Nochmal Ach Schwerwagen Nochmal rein So Danke Boah Weißt du was Kann ich fahren Ich kann der Gar nicht mehr fahren Ich Schwerge das ist ein Luftpresser dort Alter ich will natürlich gemütlich hier fahren und ich will erstmal die Tür nochmal offen Warte mal nochmal neu starten blöde Scheiße einfach ich habe langsam die Scheiße voll damit den TS immer seine Macken falsch was ich mache wenn ich kein TS mal spiele Hockey Susi nochmal nochmal oh das Licht aus ist er macht das schon nochmal so so ok jetzt aber so Hochleistung G R Hochgeschwindigkeit Zug nehmen wir G G wir nehmen Gere wir haben so sie vermitteln aktiviert mh 1 1 2 So, geht auch gleich los, Mann, was für ein Scheiß. So, geht auch los, Mann, was für ein Scheiß. So, geht auch los, Mann, was für ein Scheiß, Mann, was für ein Scheiß. So, geht auch los, Mann, was für ein Scheiß. So, geht auch los, Mann, was für ein Scheiß. So, geht auch los, Mann, was für ein Scheiß. Ich wollte jetzt gerade hier anhalten. Ich wollte gerade hier anhalten. Zuh-o! Zuh-o! So, so, Moment, ich muss was gucken, ob das hier da geht. Hä? So sieht der aus. Zeige ich euch irgendwann mal. Jetzt brauche ich das Ganze. Ah, jetzt musst du nicht, ich muss mich auch zurück. Ich lasse die Tür offen. Geht's hier an der Türsteuerung? Ich weiß hier nicht. Wenn ich modernen Zügen habe, dann geht das ja nicht. Okay, dann geht's nur Endwagen. Okay, die sind nicht modern. Dann starte ich mal die Gart jetzt einfach. Jetzt starte ich die Fahrt wieder mit Heizung. Okay. Okay. Und Rock. Und Rock. Geil. Aber wir können euch hier sitzen. Gut nachher, Aprilhöfner. Mach das Video auch nicht so lang. Gut nachher. Schau. Spannende Musik. Spannende Musik. Spannende Musik. Spannende Musik. Da kommt er! Vorsicht! Vorsicht! Oh, das sieht doch schön aus! Schönes Bild! Ach, tschüss! Schön! Mal schauen hier! Ja! Versteht hier mich nicht, diesen verdammten Lärm hier! Versteht mich dauer nicht! So! 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 Wir werden auch nicht so lang fahren! Nur einen Halt! Dann... Dann spende ich dieses Let's- Ja, Let's-Show sag ich einfach mal! Ganz Zinsen! Und, äh, ja! Ich hoffe mal, es hat euch gefallen! Gebt dem Zug auch einen Like, der es euch verdient! fach ich euch den Zug, link in der Videobeschreibung auch das Zeug des Spiels verlinke ich euch das drin sich sch 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 Schuss! So mal, so, ich bin da. So, Licht, so. So. So, sie war schon. Aus damit. Ich hoffe mal, das hat euch gefallen. Ja, ein kurzes Video und ein Stressig-Folge. Ein bisschen Stress, den Zug und, äh, ja. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen und jetzt zeige ich euch noch, wie man das Ganze wieder den, den anderen aufrüstet. Das, das ist immer so ein Fuck. Ich rüste mir in der Vollefahrt noch auf, das ist sehr wichtig, ich bin ja so ein Aufrüster. So, schilde ich das Ganze hier, mal gucken, ob das hier geht. Mit denen geht das hier mit. Ah, da geht das schon. So, Zugziehanzeige. Okay, ich hoffe, jetzt geht das denn wieder, ich weiß ja nicht. Sag mal, ist er taub hier. Ich drücke auf Null, aber es geht so nicht nicht. Domschiss, Domschiss hier. Äh, ja, andermit. Das ist sofort, andermit. Jetzt geht dem, ah, jetzt funktioniert das auch wieder, endlich. Da schreibe ich hin, was schreibe ich denn hin? Er soll hinfahren nach Konstanz, Koblenz, äh, äh. Er soll in Münster fahren. Münster gibt's auch. Düsseldorf, äh, Neustadt, Westfalen. Er soll nach Essen, äh. Äh, äh, er soll nach. Er soll bitte nach. Er soll bitte nach Dortmund fahren. So, so, jetzt würde ich mal schon vorhin mal auf. So, so, sie fahren. Zack, tschack. So, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr schon einfach hier losfahren. Der funktioniert auch. Natürlich. Und dann, ja, das Licht kann man mal ausschalten. Ja. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Abo und, ja. Ja, ein Abo und Like. Ich hoffe mal. Gefallen. Haut rein. Man sieht sich. Und tschüss. Wir sehen. Tschüss und tschüss. Tschüss. Tschüss.